Musik Erholen im Schlaf, für einen aktiven Tag. Erleben Sie die patentierte Swiss Gelbett Technology am eigenen Körper und besuchen Sie die Ausstellung im Bremgarten. Ein Gelbett besteht aus vier Komponenten. Flexside-Wanne, Matratzenhaube, 3D-Klimanetz und Vinylmatratzen, gefüllt mit der Gelmasse. Die besonderen Eigenschaften von Gel sorgen für ein einzigartiges Schwebegefühl ohne Druckpunkte. Die Vinylmatratze wird nach modernsten Fabrikationsverfahren hergestellt. Das waschbare 3D-Klimanetz sorgt durch Anpassung an die Körpertemperatur für ein optimales Bettklima und das ohne künstliche Wärmequellen. Alle Komponenten eines Gelbett lassen sich sehr einfach pflegen. Die patentierte Gelbett-Technologie sorgt für maximale Erholung und Regeneration im Schlaf. Entscheiden auch Sie sich für ein Gelbett von Flexside. Kommen Sie jetzt die Probe legen in unserer Ausstellung im Bremgarten. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!